Moin liebe Freunde des CNC Fräsens. Heute seht ihr den ersten Teil der Herstellung meiner Eigenbaufräse aus Mineralguss und Alu. Ziel war es eine kleine kompakte Fräse zu bauen mit der man Alu und gegebenenfalls auch Stahl zersparen kann. Ich hatte zunächst auch schon überlegt eine Fräse bei Sorotec oder MO5 zu bestellen. Damit wäre ich schneller zum Fräsen gekommen. Für mich war aber auch der Weg ein Ziel. Ich wollte die Fräse gerne selbst planen und fertigen. Im folgenden Filmchen werdet ihr sehen wie ich meine erste CNC Fräse gebaut habe. Viel Spaß dabei! Für das fertigen der Teile und der Form durfte ich eine Kunstmann Fräsmaschine nutzen. Ich kannte die Maschine nicht und habe auch noch nicht damit gearbeitet. Für meine ersten Planungen waren aber die Tischgröße und der Fahrfahrweg wichtig. Alle Teile sollten auf dieser Maschine gefräst werden und deshalb darf auch kein Teil größer sein als der Fahrfahrweg der Maschine. Nach dem Ausmessen des Maschinentisches habe ich noch schnell das Handbuch kopiert, damit ich später in der Lage bin die Maschine ordentlich zu bedienen. Anschließend habe ich mit dem Konstruieren der Maschine begonnen. Wichtige Bauteile wie Führungen, Motoren und so weiter hatte ich schon zu Hause und konnte die auch bei der Konstruktion dann schon berücksichtigen. Die Konstruktion war übrigens meine erste Konstruktion in Fusion 360 und das hat auch ganz gut geklappt. Im Nachhinein hätte ich hier und da ein bisschen was anderes gemacht. Aber für das erste Projekt im Fusion 360 bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Ich muss sagen Fusion 360 ist echt ein tolles Programm. Das Maschinenbett ist ja das Herzstück an jeder Maschine und bei der Maschine soll es gegossen werden. Und dafür benötigen wir natürlich eine Form. Die Form seht ihr jetzt hier grob gezeichnet. Es ist eigentlich im Endeffekt fast egal, da tut sich nicht viel, ob wir jetzt später da Beton reingießen oder ob wir Mineralguss reingießen. Dazu werde ich dann aber im nächsten Teil ein bisschen mehr sagen. Die Form, wie ihr sie jetzt seht, die steht im Prinzip auf dem Kopf. Also hier sind ja die Füße von dem Maschinenbett. Die sind natürlich nachher unten. Und hier drin erkennt man jetzt, dass da Einlagen aus Aluminium sind. Die hätten wir auch aus Stahl machen können. Und die sind halt eben jetzt zum Beispiel für die Führung oder hinten für die Portalständer. Ich blende gerade mal die Einlegeteile aus, damit wir uns die Form ein bisschen genauer anschauen können. Alle Holzteile sind gefräst. Man sieht hier zum Beispiel Ausfräsungen für die Einlegeteile. Oder da eine Ausfräsung. Hier eine Ausfräsung, wo später die Linearführungen drauf kommen. Und hier kommt eine Aluplatte hin, auf der später die Lager befestigt werden. Wir können uns die Ausfräsungen auch nochmal im Schnitt anschauen. Ja, so sieht es aus. Hier eine Zeichnung von der Form, in der man die Abmessungen erkennen kann. Dann hier nochmal ein Einlegeteil. Also für jedes Teil habe ich eine Zeichnung gemacht. Da ist ganz schön was an Zeichnungen zusammengekommen. Und hier sieht man nochmal vor allem diese Ankerschrauben, dass da jede Menge Ankerschrauben drin sind, die später in dem Mineralguss drin hängen. Die Grundplatte habe ich aus dem Reststück von der Küchenplatte gefräst. Die habe ich für kleines Geld im Baumarkt bekommen. Alle anderen Formteile habe ich aus Siebdruckplatte gefräst. Die lässt sich auch deutlich besser fräsen als diese Küchenplatte. Also wenn ich es nochmal machen würde, würde ich glaube ich als Grundplatte auch eine Siebdruckplatte nehmen. Das ist halt eben auch eine Preisfrage. In den Ecken sehe ich der Bohrungen. Ich kann ja nicht rechtwinklig fräsen in den Ecken und deswegen muss ich da Bohrungen rein machen, damit die Teile sauber eingelegt werden können. Diese Bohrungen werde ich einfach hinterher mit Kerzenwachs aufgießen, damit da natürlich kein Mineralguss reinläuft. So sieht die fertig vorbereitete Form aus. Also wir sehen alle Alu-Einlegeteile. Wir sehen die Ankerschrauben. Hier sind noch ein paar Gewindeeinsätze, zum Beispiel vorne für eine Motorhaldeplatte. Und man sieht auch, dass ich hinten bei den Leisten ein bisschen mehr Aufwand betreiben musste. Die können eingestellt werden über Schrauben. Die Position von diesen Leisten, das hängt damit zusammen, weil hier Röhrchen drin sind. Und diese Röhrchen, die müssen eben hier oben, dieser Durchmesser muss genau über dem hier unten stehen. Da haben die Röhrchen senkrecht drin stehen. Durch diese Röhrchen kommt später eine M10er Schraube. Also hier wäre der Schraubenkopf, die geht hier durch. Und auf der anderen Seite von dieser Platte steht dann der Portalständer. Und der wird dann jeweils mit drei Schrauben auf jeder Seite verschraubt. Bei der Materialauswahl stellt sich natürlich auch die Frage, was nimmt man? Nimmt man Stahl oder nimmt man Alu? Jeder Werkstoff hat seine Vor- und Nachteile. Der Stahl ist natürlich zum einen deutlich schwerer. Das heißt, es wird in der Handhabung nachher ein bisschen schwieriger. Wenn man keine Hubwagen oder irgendwas hat, um das Ganze zu bewegen, muss man eben durchrechnen, bis zu welcher Masse man das noch bewegen kann. Dann hat ein Stahl natürlich den Nachteil, zumindest wenn man so einen kaltgewalzten Stahl nimmt, ST37. Ich glaube, jetzt heißt er ja S235. Also so einen allgemeinen Baustahl. Durch das Kaltwalzen hat er enorme Spannung in der Oberfläche. Wenn man eine Seite abfräst und die andere Seite zum Beispiel schon im Mineralguss drin hängt, dann holt man sich natürlich Spannung rein, weil der will sich werfen. Also so einen Stahl müsste man entweder vorher spannungsarm glühen oder vielleicht einen warmgewalzten Stahl nehmen. Auf jeden Fall darauf achten, dass man sich da keine Spannung rein holt. Der klare Vorteil vom Stahl ist natürlich der geringere Wärmeausdehnungskoeffizient. Der liegt ein bisschen näher an dem Mineralguss. Und man baut natürlich auch kein Bimetall. Also wenn ich jetzt eine Stahlführung auf eine Aluplatte schraube, baue ich ja im Prinzip ein Bimetall. Ich habe mich jetzt aus zwei Gründen für Aluminium entschieden. Zum einen, weil es eben deutlich leichter ist. Vor 20 Jahren hätte ich vielleicht gesagt, okay, Stahl macht mir nichts aus. Das kann ich auch noch bewegen. Jetzt aber nicht mehr. Und der zweite Grund war eben die extreme Spannungsarmut von dem Aluminium. Bei mir sind fast alle Teile aus dem 7021 von der Firma gleich. Das ist zwischen den mittelfesten und hochfesten Aluminium angesiedelt. Man sieht es hier, es hat eine sehr hohe Festigkeit, gute Ebenheit, sehr gute Spannbarkeit, extreme Spannungsarmut und sehr gute Homogenität. Es lässt sich also super bearbeiten und hat super Festigkeitswerte. Also wenn man hier mal schaut bei dem RP02, also das Material hat keine ausgeprägte Streckgrenze. Wie zum Beispiel ein ST37 oder S235 heißt er jetzt ja. Da liegt es also über dem S235. Wenn ich den RP02-Wert vergleiche mit der Streckgrenze von S235. Der liegt ja bei 235 Megapascal. Das Material ist schon gut, es ist fest, hat aber eben auch einen großen Nachteil und das ist hier dieser Wärmeausdehnungskoeffizient. Der ist halt deutlich größer als bei Stahl. Da meine Maschine von den Abmessungen nicht besonders groß ist und auch in meinem Keller keine großen Temperaturschwankungen sind, macht es bei mir jetzt nicht viel aus. Wenn jemand eine größere Maschine plant und vielleicht die auch in der Garage stehen hat, wo es wirklich ordentlich Temperaturunterschiede gibt, der sollte sich das gut überlegen. Immer wenn man Alu mit Stahl kombiniert, hat man da ein Problem. So ihr Lieben, das war es schon wieder für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr im nächsten Teil auch wieder dabei seid. Im nächsten Teil geht es dann um den Guss und das Entformen. Ciao!